Jetzt geht's hier um alles. Ja, jetzt geht's um alles. Ich bin der Mörder und willkommen beim Spaß. Deswegen hören wir jetzt Digimon. Oh, Digimon. Sehr cool. Lied deinen Traum, denn er wird wahr. Euna, ich möchte nett zu dir sein. Oh yeah. Komm, setz dich hin, mach ne Pause. Komm, setz dich. Du musst diesen Test bestehen. Es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ja, alles rumschwabbelt da unten. IHG Entertainment folgt uns. Oh, IHG, moin. Alle Abenteuer bestehen. Hier alle im Startraum sitzt, ey. Du weißt das. Okay, jetzt ganz unauffällig. Lass mich drauflegen, ich will mich drauflegen. Ich will mich draufsetzen. Komm, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Er ist weg. Oh, wie lustig. Juhu. Er ist das Teil. Sehr gut. Oh man, was eine langweilige Runde, ey. In einer Minute hat man komplett geschafft. Bereit. Ich bin wieder der Clown. Muss ich jetzt wieder so reden? Digimon musst du echt mal wieder sein. Ja, natürlich. Es gibt leider halt nicht die ganzen original Themes, sondern immer nur die nachgemachten. Das ist leider mal ein bisschen scheiße. Aber das geht. Ich glaube, hier ist jemand einmal gelaufen. Das war ich gerade. Ich auch. Guck dir mal die ganzen Gänge drumherum an. Achso, die ganzen Gänge ausgedrückt. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Okay. I'm on the highway to hell. The downtown. Highway to hell. Hey. Hey, ey, ey. Willst du viel? Willst du viel? Ich bin mit Priel. Was hast du gesagt, Helm? Ich sieh. Was willst du heute? Na? Was? Wo ist der ja? Ey, ich war gerade in einem wheelchair und hab deswegen gesagt habituell. Das merkt gesagt, ich soll aufhören zu singen. Wieso? War doch voll gut. Scheiße. Er hat mich gesehen. Ja, das war doch ein Spaß mit. Verdammt. Ich war doch nur eine Prielflasche. Nein. Du Peniskopf. Hashtag Lego ist ein Hurensohn. Ey. Ich nick mich hin. Ich hab's doch heißt Großschreiben. Wenn ihr meint, dass wir was anderes spielen sollen, übrigens Leute, dann sagt Bescheid, ne? Dann, äh, spielen wir auch mal was anderes. Wir haben wir noch ein bisschen was. Was haben wir noch? Wenn ihr sagt, wir sollen was anderes spielen, dann spielen wir halt weiter. Genau. Dann spielen wir halt weiter Soul Hunt. Alter, was ist denn? Puh! Das ist echt... Warte mal, ich hab jetzt ne... Ich hab jetzt ne krasse Idee, aber... Ist grad alles völlig einfach gelaufen. Ohne Grund. Jetzt ist ja alles komplett durch ihn geflogen. Da ist keiner lang gelaufen gerade. Nein! Och, Eierkugel, ich hab grad eine gute Idee gehabt. Du... Nein! Kommst du mir, Luna? Nein! Kommst du mir, Luna? Ähm... Ich lass jetzt einfach grad mal ein bisschen was durchlaufen, Bibi. Oh, Mann. Zeit muss ich gehen. Oh Gott, du hast noch nicht geschafft. Guck mal im Raum. Ah, schnell weg hier! Nein! Kommst du mir! Oh Gott! Oh mein Gott! Ihr wisst sehen, was cooler gelesen ist! Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass das läuft! Nein, 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 nein! Guck, guck mal an, was cooler Killer ist! Nein! Ich weiß es nicht! Ich seh's doch nicht! Ich muss erstmal wegrennen! Oh mein Gott! Es ist so lustig, was cooler Killer ist! Was? Eine Klorolle? Nein! Guck! Hier! Er liegt da rum! Ich seh ne Lego noch! Da! Nein! Ihr müsst jetzt... Wie unauffällig! Oh! Nein, hier! Jetzt guck dir an! Jetzt guck dir an, was cooler Killer ist! Ich seh's nicht! Ist die Kamera schon wieder so nah dran! Ist ja die Kackwurst oder was? Ja! Ist ne Kamera! Ja! Laufende Kackwurst! Sowas gibt's auch nicht alle mal! Dass die Kamera immer so buggt, wenn ich tot bin! Ich werd gerne mal neu connecten! Am besten jetzt! Bis gleich! Ding Ding! Und die Kamera ist wieder in Ordnung! Super! Also es kann immer noch jemand joinen, Leute! Ihr könnt immer noch rein! Rein! Rein vor allem! Joinen! Rein! Zieht euch einfach! Soulhuntgame.com Das Spiel! Und die Homepage! Link ist... Link ist in meiner Videobeschreibung! Ich hab jetzt... Ich kann jetzt grad nicht raus tappen, um es zu kontrollieren! Und... Ja! Mit Lego-Pommes, ey! Noam, 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 noam... Ich weiß gar nicht warum Daph Mackel immer will, dass ich öffne, zu singen... Weil der Märke ich keinen Geschmack hat Ja meine Stimme ist ja auch völlig im Eimer Und ja, mörder ist leider schon viel gespielt worden Deswegen wollten wir ihnen eigentlich dieses Mal nicht spielen Richtig, wie gesagt, wenn ihr eigentlich andere Vorschläge habt haut rein Wir sind für alles offen everso zu applicants Was hatten wir denn noch? Hätten wir vorher noch irgendeine Idee Äh keine Ahnung Blackstories können wir noch spielen zum Beispiel Wir haben so zwei, drei Leute Es ist halt langweilig, es zu zuhören Leute könnten natürlich miträtseln und miträtseln Aber man kann halt nicht alle beachten aus dem Chat Deswegen, das ist das Problem Na gut, das kann man ja dann machen Dann kann man ja nebenbei im Chat gucken Im Chat gucken und sagen, ja, die Idee von Dings ist gar nicht so verkehrt Und dann kommen die Leute im Chat, äh, und sprechen vielleicht drauf Gucken wir mal, wenn ihr mit Black Stories seid, dann schreibt ihr jetzt Ein ganz großes In-Cups-Log, diesmal erlaubt Hashtag Black Stories Und wenn wir mehr als 100 Einträge zusammen kriegen Schön, Black Stories Ja, ansonsten hätten wir, spielen wir erstmal das auch weiter mit euch Wenn ihr noch Bock habt, äh, ansonsten Jo, gucken wir mal Hui Eierkuchen, du bist doch sonst so gut Was bist du denn für ein Typ? Findet der Lego mit Absicht nicht? Eigentlich wollten wir was anderes aufnehmen, aber das ging diesmal mit dem Stream nicht Das machen Lego und ich dann einfach so mal, ne? Oh, geht das überhaupt auf YouTube, was wir da vorhaben, oder? Äh, Apache Attack meinst du? Äh, nee, er meint, er meint das geheime Das geheime Immer, äh, SEX-Projekt Das geheime SEX-Projekt, das geht natürlich klar, aber, äh Wow, jetzt schreiben tatsächlich total viele, dass wir Black Stories spielen sollen, ne? Okay, also Leute sind, äh Alter Schwede Clown is doooom Viele sind wirklich für Black Stories Wandi gefällt es natürlich nicht, weil sie findet Black Stories langweilig Ja, dann macht sie was anderes in der Zeit Ja, aber dies egal Oho, ey Ne, ihre Meinung zählt halt nicht In dem Fall müssen wir halt dann richtig auf die anderen nehmen, aber guck mal, sind viele viele Black Stories, das heißt, wir könnten dann... Ne, mörder diesmal nicht Hatten wir schon mal, wie gesagt Äh, Lego Wachst du durch alles durch? Ne Keine Ahnung Oh, schade Schade, schade, schade Okay, nun fangen wir bald an mit Black Stories Jo, machen wir noch ein, zwei Runden fertig hier und dann Black Stories angesagt So, und jetzt will ich... Warte Ich bin einfach gelaufen Damit er nicht auffällt, wer ich bin So Hm Ich will schon was anderes sein Ich will schon was anderes sein Ich will schon was anderes sein Ich bin... Oh Gott, ich bin... Ich bin... Marcel darf es Hallo, ich möchte gerne in der Schrank sein Ne, darf halt nicht Ich bin halt sowas hier Jetzt will ich... Jetzt will ich wissen, ob ich gefunden werde Ohne... 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 Wies bist du denn? Warte, ich verstecke mich auch bei dir Bitte ohne den Stream Das wäre nett Nein, er hat mich... Rupain ins Gesicht Ach, und IHG Entertainment ist hier Warte, wie heißt du? Schmandprimel? Ich bin... Ich bin Schmandprimel Alter, wir alle... Ist das herrlich Ey, ihr seid cool Ihr seid echt cool, Leute Oh man Sven ist voll gemein Ey, das ist voll gut, oder? Das ist richtig gut Das hab ich mir eben ausgedacht Zumindest der Ort ist gut Das Ding, äh... Ja... Es hält halt nix aus Ich beobachte euch meiner Trage aus Das ist süß Warte, ich hol mal den Clown Achso, tschau Kagami Clowny, wo bist du? Ich hab auch ein paar Black Stories hier, dann können wir... Soll ich dann den Host machen, oder wie ist bitte? Ähm... Wie, was? Äh... Keine Ahnung Warum? Clown, komm jetzt! Weil ich grad, weil ich jetzt zur Hand hab Achso, das meintest du? Ja, ja, doch, klar Warum nicht? Also ich meine... Host, äh... Also nicht streamen selbst, weil das ist ja Klatsch Quatsch Vorsicht, Clown, komm Das ist ja Klatsch Das ist ja richtig Klatsch Ich bin echt gespannt Zappelt, ey Also tut mir leid, dass es jetzt grad für die Zuschauer so langweilig ist Aber es ist halt einfach so ein geiles Versteck und ich wollte es ausprobieren Danke Everglade fürs Folgen Ach, das Lied ist auch gut Aber wir machen mal weiter Was haben wir denn noch? Ähm... Was ist mit Boku no Piku? Ah ja genau, Boku no Piku, Reaktion meines Vaters, genau das Video meinte ich Er hat's glaub ich gerade halt, schade Ah, ja? Ah, ich hab's jetzt gar nicht bemerkt Lalalalalala Er hat... Er hat... Er hat's nicht gerallt, Eierkuchen Renn weiter Ich mach die Tür zu Geht nicht, schade Schön, 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 schön Oh Gott, Eierkuchen Oh, der Saul-Handfehler, den kennt ja jeder, ne? So ein guter Mann Danke, FlankTV Ähm, keine Ahnung wie lange wir BlackStory spielen Ein paar Leute haben jetzt halt einfach gesagt, dass sie das möchten Und dann machen wir das Wer ist das überhaupt? Kennst du BlackStories nicht? BlackStories ist nur Quatschen Rätseln ist halt im Prinzip leider sehr animationsarm Hehehe Was heißt animationsarm? Gibt's tatsächlich ein BlackStoriespiel, wo man was hinterlegen könnte? Bestimmt irgendwie Mit Hints oder so, keine Ahnung Aber es gibt auf jeden Fall, was es leider bis jetzt nur auf Englisch gibt, was ich sehr schade finde, ist Du kennst doch damals von Knudels das Mafiaspiel Ja Sowas gibt es quasi animiert Mit so Einwohnern in so einem Dorf Okay Ich hab vergessen, wie das heißt Aber leider bis jetzt nur auf Englisch Da kannst du wirklich dann Einer ist ein paar Direktive Und dann gibt's diese Mörder halt Und Wildends und normale Villager Dann müssen die halt aufgrund von Ich sag mal, wie sie halt reagieren Wie sie chatten und sowas Und schreiben, musst du halt dann gucken, wer Wer ist Und dann, ja, dementsprechend Also es ist wie Mafia Eigentlich ganz interessant, aber im Endeffekt leider nur auf Englisch Eierkuchen rockt ihn Schade Ah ne, er hat schon Ich dachte, er hätte nichts Eierkuchen, komm Gib ihm Gib ihm Saures Zwischen die Beine Nicht so weit weg Die neue Welt fällt, dass er nicht tritt ist Go Eierkuchen Vor allem, wie er einfach eiskalt die Maus bleibt Natürlich Schade Weggebämst Dann wollen wir Äh, warte Oh, weil ich bin nicht gerade klauen Ah Ja, komm noch Okay, dann machst du noch die letzte Runde Und Anfangen tut das Mit dem Schala-Hey-Chala-Theme Schala Hey-Chala Gib niemals auf Ich weiß, das Feuer brennt in dir Schöne Und Aluna läuft an mir vorbei Oh Schmarrn Prime Kilt Eierkuchen Das ist eine sehr schöne Meldung Es wurde nämlich gerade gefragt Äh, mal Dragon Ball Musik Gespielt werden kann Joa Schade Es hätte klappen können Verdammt knapp Nein 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 Warum kriege ich immer so schnell? Das ist ja langweilig Jetzt nicht mehr Nein Er hat gezuckt Er hat gezuckt Ich habe es genauer gesehen Sein linker Hoden Ok Also Leute Das war es dann an der Stelle Oder? Ist das geil? Nein Der lebt noch einer Ich habe gewonnen Nein Der lebt noch einer Ich habe gewonnen Wir können den Pfad beenden Ja, Kickers geht hier nicht Hier gibt es kein Kickers Bei Spottie Ja, natürlich Aber ich kann ja nicht Tausend Sachen gleichzeitig Doch Das kannst du Nächstes Mal musst du eine Komplette Datenbank Musik schon runtergeladen haben Auf deinem PC Da bewegt sich bestimmt keine Millimeter Der Ficker Nö, tut er auch nicht Aber du standest eben Direkt neben ihm Das stimmt Oh, ist das eine Katze? Wie süß ist das denn? Ja, das ist der Thuckmuck Oh, yeah Hä? Ha, ha, ha Da, la Hey, cha, la Hey, cha, la Bewege dich doch mal Das wollen wir nicht so Er bewegt sich doch ohne Ende Du lebst nur in die falsche Richtung Das sieht schon besser aus, du Kein Problem, Bibi Das sieht wieder scheiße aus Ich finde der Kickers selber toll Rechts abbiegen Yes Okay Alles klar Supi Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Hier, Bauaufnahme beendet Bis dann Tschudel